Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es nochmal eine Rezension und zwar zu einem Buch, auf das ich wirklich sehr, sehr gespannt war. Und zwar geht es zu einem Buch, dessen Film schon vorher auf Netflix kam und ich rede gar nicht lange drumherum. Es geht um 365 Tage. Der Film, der war ja auf Netflix und der war ja sehr umstritten, sag ich mal. Und deswegen war ich umso gespannter auf das Buch. Es geht um Massimo. Er ist das Oberhaupt einer Mafia-Familie und nach einem Unfall bzw. ich glaube im Buch war es ein bisschen anders, bin mir gerade nicht so sicher, sieht er immer ein Gesicht einer Frau vor sich und macht es sich dann zur Aufgabe, diese Frau irgendwo auf der Welt zu finden. Und tataa, wie es der Zufall will, findet er sie dann und das ist unsere Laura. Und ja, er entführt sie und gibt ihr dann anschließend 365 Tage, also ein Jahr Zeit, sich in ihn zu verlieben, weil er eigentlich nicht mehr vorhat, sie gehen zu lassen. Und ja, Laura ist natürlich erstmal gar nicht begeistert. Ich meine, sie wurde entführt. Wer wäre da schon begeistert? Aber ja, trotzdem herrscht da so eine gewisse Anziehung zwischen den beiden und das ist so die Storyline. Wie hat es mir gefallen? Also ich muss sagen, mir hat das Buch leider nicht zugesagt. Ich fand, dass... Erstmal muss ich sagen, ich habe es sehr bereut, dass ich den Film vorher gesehen habe und nicht erst das Buch gelesen habe, weil ich einfach finde, dass bis auf ein paar Stellen das Buch eins zu eins, ja, genauso war wie der Film, die gleichen Dialoge und ja, also es kam mir wirklich sehr, sehr gleich vor. Es hat mich schon echt gewundert, dass ein Buch so filmnah gemacht wird. Wie gesagt, es gab natürlich ein paar Dinge, die waren anders oder ein paar Dinge, die waren nicht drinne, aber so größtenteils fand ich es wirklich sehr, sehr gleich. Dann fand ich, äh, ja, ich, also ich muss sagen, der Film hat mir sogar besser gefallen als das Buch, einfach weil, ja, ich den Typen, den Massimo, den finde ich echt hot, also der gefällt mir wirklich, wirklich gut und deswegen hat er für mich das Ganze rausgerissen. So im Buch, äh, fand ich beide Charaktere leider gar nicht gut. Ich fand die sehr oberflächlich, sehr stumpf. Ich mochte auch die Dialoge zwischen denen gar nicht. Es war so irgendwie immer das Gleiche, so. Das hat mir einfach irgendwie so gar nichts gegeben. Dann, was mich total gestört hat, die Laura hat einen Herzfehler und muss deswegen irgendwelche Tabletten nehmen und, ja, weil sie die immer vergisst oder weil sie eigentlich, ja, nur am Saufen ist, wird sie so gefühlt in jedem Kapitel ohnmächtig, wo ich mir so denke, im Ernst, also wirklich, ich hatte das Gefühl, dass jedes zweite Kapitel damit endet, dass die Frau wieder ohnmächtig geworden ist, weil sie hat ihre Tabletten nicht genommen oder sie konnte irgendwas wieder nicht gut verkraften und es war einfach so, so nervig, weil ich mir so denke, Alter, du bist eine erwachsene Frau, äh, dann wunderst du dich, wenn du ohnmächtig wirst, weil du deine Tabletten nicht nimmst. Ja, also, keine Ahnung, auf jeden Fall. Das, das war schon so eine Sache, das hat mich richtig genervt, weil sie wirklich so oft ohnmächtig geworden ist. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Dann, wie gesagt, die Dialoge zwischen den beiden, die kamen mir so, die waren so oberflächlich, die waren für mich so, ja, so gestellt irgendwie, so als hätte man da so einen sexy Dialog zustande bringen wollen, aber, hui, aber irgendwie hat es dann doch nicht geklappt und das hat, ja, das hat mir leider gar nicht gefallen und muss ich auch sagen, diese sexy Szenen, also die Sex-Szenen, die ja hier in dem Buch vorkommen, die, die fand ich überhaupt nicht gut. Also, die war, da war gar nichts. Das war so, ja, auch so ein, ja, nee, das war so wie die Dialoge, einfach so oberflächlich, so stumpf, da war, das war einfach nicht sexy, das hat keinen Spaß gemacht, das zu lesen, was ich wirklich sehr, sehr schade fand. Und, ja, also, nee, mir waren auch die Protagonisten einfach nicht sympathisch. Es war ein Protagonist, das war ein Nebenprotagonist, ich weiß gar nicht, wie er gerade heißt. Den fand ich richtig sympathisch, den, finde ich, hat man im Film nicht so wahrgenommen. Aber, ja, leider, leider, leider hat es mir nicht gefallen. Also, ich weiß auch nicht, ob es mir besser gefallen hätte, wenn ich den Film vorher nicht gesehen hätte, aber es ändert halt nichts daran, dass mir einfach die Dialoge gefehlt haben. Also, ja, das hatte für mich keine Tiefe. Man hat nicht sehr viel mehr über die Charaktere erfahren. Also, der Film war ja schon auch sehr oberflächlich, dass man nicht so viel erfahren hat, nicht so viel über die Beweggründe erfahren hat von Massimo oder auch von Laura hat man kaum was erfahren. Und ich finde halt, so war es im Buch auch. Es waren vielleicht so ein, zwei Zusatzinformationen, die man mehr hat als im Buch, als im Film. Aber leider nicht sehr viel mehr, wo ich jetzt sage, wow, cool, das macht es jetzt, das haut es jetzt richtig raus. Ja, es tat mir sehr, sehr leid. Was ich richtig gut fand, war das Ende. Nein, nicht, weil es vorbei war, sondern... Oh Gott, wie habe ich das jetzt gesagt? Also, ich fand das Ende nicht gut, weil es dann endlich vorbei war, sondern das Ende war anders als im Buch. Und ja, es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Anders als im Film, meine ich. Es hat mir ganz gut gefallen. Ich muss sagen, das Ende im Film war natürlich ein richtig gemeines Ende. Das im Buch war auch gemein, aber nicht so ätzend wie das im Film. Und ich mochte das Ende wirklich gerne. Ich bin auch gespannt, was in Bob 2 passiert und wie es mit den beiden weitergeht. Aber leider, nee. Leider hat mir das so... Nee, es hat mir leider nicht gefallen, muss ich sagen. Also, so leid es mir tut. Ich habe mich wirklich sehr auf das Buch gefreut. Aber, nee. Ich habe das Buch auch übrigens als Rezensionsexemplar bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe. Ich vergesse das immer zu sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gesagt habe. Auf jeden Fall war es ein Rezensionsexemplar. Also, danke an dieser Stelle nochmal dafür. Auch wenn es mir leider nicht gefallen hat. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt auf Band 2. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn lesen werde oder ob ich vielleicht mal gucken, wenn ein Hörbuch kommt, es hören werde oder einfach auf den Film warte. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin noch ein bisschen zwiegespannt, weil die beiden mich hier wirklich nicht überzeugt haben. Und das soll es auch schon gewesen sein von meiner Rezension. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es keine positive Rezension war. Aber gut, das soll es auch mal geben. Das ist ja meine ehrliche Meinung. Und ja, es war leider nicht so meins. Und ja, ansonsten würde ich sagen, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr den Film gesehen habt und wie er euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!